Hoi, ich bin Janis, ich bin Polymechaniker bei der AXPO im Kernkraftwerk Beznau und ich zeige dir, wie man das herstellt. Komm mit! Als Polymechaniker auf Beznau kann man in der Lehrwerkstatt am Anfang seiner Lehre seinen Rucksack schon gut füllen und später in einer spezifischen Abteilung kann man noch genauer in ein Fachgebiet eintauchen. Momentan bin ich in der Fertigung, dort fräsen, drehen und bohren, die später in die Anlage eingebaut werden. Für mich speziell bei der Lehre bei der AXPO ist, dass wenn ich etwas wissen will, gibt es immer jemanden, der das weiss. Und so kann ich immer wieder neue Sachen dazu lernen. Als Polymechaniker Lernender bei uns in der Fertigung ist es sehr anwechslungsreich, die meisten Teile werden bei uns nur einmal hergestellt. Wenn du die Lehre bei uns machen willst, dann solltest du motiviert sein, gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und bereit sein, neue, interessante Sachen zu lernen. Suchst du auch hier? Merci. Hi, ich bin Lena, ich bin Polymechanikerin in der Fachrichtung Instandhaltung und ich zeige dir, was ich hier mache. Also in der Instandhaltung revidiert man und wartet, wie z.B. von Pumpen und Armaturen. Man baut sie aus, zerlegen, kontrollieren, wie man Sachen auswechselt, zusammenbaut und dann wieder einbaut. Das Besondere an meiner Lehre ist, dass es abwechslungsreich ist und dass man nie dasselbe macht. Ich schätze bei der AXPO den familiären Umgang und dass, wenn man Hilfe braucht, man immer eine Ansprechperson hat. Mach die Zukunft zu deinem Beruf und bewirb dich als Polymechaniker hier bei der AXPO. Wir freuen uns auf dich! PREFERENTIGE Untertitelung des ZDF, 2020